Die Knochen und die Knochen sind sehr gut. Hier zeige ich euch jetzt mein Lenkrad. Es sieht natürlich aus wie so ein Raumfähren-Kontrollzentrum. Es ist unglaublich kompliziert. Es hat ca. 26 Knöpfe und allgemein. Sehr, sehr viele Knöpfe. Aber mit der Zeit habe ich dann schon einen guten Überblick und weiß auch wo alles ist. Um ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel hier ist der Knopf. Den drücke ich um das Kerst zu aktivieren, also um die extra Beschleunigung zu kriegen. Hier ist mein Getränkknopf. Da wird dann so eine kleine Pumpe aktiviert und dann kriege ich mein Getränk. Wir haben unsere Default-Switches hier. Pit Speed Limiter, Neutral, DRS, Launch für den Start. Hier ist Harvest. Den Knopf kann ich drehen. Und dann habe ich mehr oder weniger Energiegewinnung für das Kerst. Hier habe ich meine ganzen Differenzial-Knöpfe. Da kann ich die Balance des Autos sehr beeinflussen. Die ganzen grünen. Dann habe ich hier Benzinmenge, also Spritmischung. Hier habe ich die Funktion für meine, wenn ich Gas gebe, wie sehr ich das Pedal bewegen muss, um dann wie viel Gas zu kriegen im Motor. Hört sich recht kompliziert an, aber es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Auf dem Display hier haben wir alle diese Lichter hier. Wenn man die Lichter acceleriert, die Lichter erhöhten hier. Und das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Die zwei Autos. Hier haben wir die Yellow-Flag. Die zwei Lichter-Flag. Die Reden-Flag kommen aus. Die Reden-Flag kommen aus. Die Lichter sind in der Mitte. Hier haben wir die Delta-Time. Die Lichter sind in der nächsten Zeit. Wenn man die Lichter auf dem Display hat, dann wird es Ihnen erzählen, ob es ein 1,1 Sekunden ist. Oder ein Minus oder was auch. Dann kannst du deine Lichter hier haben. Oder du kannst die Elektroentemperatur haben. Oder was du wirklich willst auf dem Display. Aber ich habe meine Laptime und meine Delta-Time. Hier habe ich jetzt Kupplungseinstellungen und hier, weil kein Platz mehr war, haben die hier so ein Riesenmenü gemacht, um noch alle anderen Funktionen zu erwischen. Hier ist Boxenstopp Limiter, also diese 100 kmh. Neutral beim Boxenstopp. Radio, Heckflügel, wieder Differential. Radio, Heckflügel, wieder Differential. Du musst das studieren. Das ist dein Bibel. Um zu verstehen, um zu nutzen, um die Diff-Controllen, die du hast, die Mischungen und all diese Dinge. Du musst das machen, während du raufst. Du musst nicht denken, ob es. Du praktisch viel im Testen, im Simulator. Du fühlst dich, dass die Auto-Marschmacht in einer kleinen Art und Weise, wenn du in die Kiste oder in der Kiste entlangsternst. Oder du ein bisschen hier verändernsternst du mehr untersteer oder weniger untersteer. Also, du wirst an diese Art und Weise verwendet. Du siehst in deinem Memoribank und du siehst für die nächste Zeit. Also, wie Sie sehen, extrem kompliziert. Und das war es auch noch nicht. Ich habe euch jetzt die Hinterseite nicht gezeigt. Da sind auch noch ein paar Knöpfe, aber die bleibt jetzt mein Geheimnis.